Kommen wir nun zu weiteren konkreten Beispielen, die Ihnen das komplexe Zusammenwirken unterschiedlichster Faktoren in Bezug auf die Vulnerabilität und Resilienz von Gesellschaften im Kontext von Naturgefahren und Katastrophen verdeutlichen sollen. Der sogenannte Indian Ocean Tsunami war eine der folgenreichsten Naturkatastrophen der Neuzeit. Er wurde, wie Sie auf der Karte sehen, in den Morgenstunden des 26. Dezember 2004 durch ein Seebeben der Stärke 8,9 auf der Richterskala von der Nordküste der indonesischen Insel Sumatra ausgelöst. Nur ein Prozent der Seebeben lösen überhaupt Tsunamis aus. Sie entstehen dann, wenn das Beben mindestens eine Stärke von 7 auf der Richterskala hat, sich sehr nahe an der Meeresbodenoberfläche ereignet und sich der Meeresboden ruckartig vertikal bewegt – beispielsweise dort, wo tektonische Platten aufeinandertreffen. Insgesamt forderte der Indian Ocean Tsunami an den Küsten Süd- und Südostasiens sowie Ostafrikas ca. 230.000 Menschenleben. Hunderttausende wurden verletzt und 1,7 Millionen Menschen verloren ihr Obdach, die bei weitem stärksten Schäden verzeichnete die indonesische Provinz Aceh im äußersten Nordwesten Sumatras. Hier starben ca. 170.000 Menschen und mehr als eine halbe Million Menschen wurden obdachlos. Die Schäden in Aceh wurden insgesamt auf ca. 6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wie Sie auf dem Foto sehen, das ich auf einer Reise nach Aceh zwei Monate nach dem Tsunami aufgenommen habe, waren die Zerstörungen in vielen küstennahen Gebieten derart umfassend, sind, dass kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Die außerordentliche Verwundbarkeit der Provinz Aceh gegenüber dem Naturereignis hat vielfältige Gründe. Wenn wir uns an das zu Beginn der Lektion besprochene Schema von David Alexander erinnern, das Natur und sozialwissenschaftliche Dimensionen zur Risikoeinschätzung einer Naturgefahr koppelt, so sehen wir zunächst, dass es sich bei dem Tsunami um ein äußerst seltenes Naturereignis handelte, das plötzlich und mit hoher Geschwindigkeit und Intensität auf sehr dicht besiedelte Küstengebiete traf. Die starke Exposition und Empfindlichkeit der Siedlungsstrukturen in Aceh haben zu einem außergewöhnlichen Schadensergebnis geführt, das allerdings nicht alleinig auf die Intensität des Naturereignisses zurückzuführen ist. Wir sehen einerseits auf der politischen Ebene, dass Aceh zum Zeitpunkt des Tsunamis sich bereits seit 30 Jahren in einem Bürgerkrieg befand. Hier kämpften die indonesische Regierung und die Bewegung Freies Aceh, die für die Unabhängigkeit Acehs von Indonesien eintrat, gegeneinander. Aufgrund der Bürgerkriegssituation ließ Aceh im Jahr 2004 eine Armutsrate von 30 Prozent auf und es war seit Jahrzehnten weder in die öffentliche Infrastruktur noch in Disaster Risk Reduction investiert worden. Ein Grund dafür, dass die Schäden an Gebäuden ein derart hohes Ausmaß annahmen und wie sie auf dem Bild sehen über 500.000 Menschen zunächst in Notunterkünften wie Zelten untergebracht werden mussten, war auch, dass die Häuser aus sehr leichten und günstigen Baumaterialien bestanden und in einer Region mit hoher Erdbebenhäufigkeit auch nicht annähernd erdbebensicher gebaut waren. Gleichermaßen hatte der indonesische Staat bis zu diesem Zeitpunkt nicht in ein Tsunami-Frühwarnsystem investiert, was die Resilienz der Region wesentlich erhöht hätte, da dann mit hoher Wahrscheinlichkeit weitaus weniger Menschen ums Leben gekommen wären. Ein solches Frühwarnsystem, das die seismischen Aktivitäten im Indischen Ozean in der Region erfasst, wurde dann im Jahr 2008 mit Unterstützung des Geoforschungszentrums in Potsdam in Deutschland installiert und in Betrieb genommen. Aufgrund des hohen Ausmaßes der Schäden war sehr früh klar, dass sowohl die Nothilfe als auch der Wiederaufbau-Adges nur mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft möglich sein würde. So kam es letztlich zum damals größten international konzertierten Wiederaufbauprozess seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der mit ca. 8 Milliarden Dollar international finanziert wurde und es trotz aller Schwachstellen ermöglichte, dass Adge im Sinne des Build-Back-Better-Paradigmas mit einer wesentlich erhöhten Resilienz aus der Katastrophe hervorgehen konnte. So wurden beispielsweise an sehr exponierten Stellen in Küstennähe Rettungstürme errichtet, umfassende Evakuierungspläne erstellt, Evakuierungsrouten gekennzeichnet und Katastrophenschutzübungen in das Curriculum von Schulen und Universitäten aufgenommen. Das verstärkte Auftreten von Hitze und Starkregenereignissen, und zwar in Bezug auf die Häufigkeit und die Intensität, stellt uns vor große Herausforderungen. Schwere Zerstörungen von Infrastrukturen und Gebäuden sind die Folge, aber auch Verletzte, Vermisste und sogar Tote sind inzwischen auch in Europa, in Österreich oder auch Deutschland zu verzeichnen. Oftmals trifft es Städte und Gemeinden und die Frage ist, ob bzw. wie sich die katastrophalen Auswirkungen in Zukunft vermeiden lassen bzw. wie man sich besser darauf vorbereiten kann bzw. wie wir uns besser darauf vorbereiten können. Dafür müssen wir Städte und Gemeinden klimasicher machen bzw. ihre Resilienz gegenüber Katastrophen erhöhen. Die Datenlage muss verbessert werden und weitere Analysen sind zu machen, um die Mechanismen und Faktoren, die zu den katastrophalen Auswirkungen von Extremereignis führen, besser zu verstehen. Allerdings wissen wir inzwischen, dass Klimaschutz alleine die Probleme nicht lösen wird. Wir brauchen weitreichende Klimaanpassungsprogramme, ein verbessertes Risikomanagement und einen funktionierenden Bevölkerungsschutz sowie ganz besonders eine sinnvolle strategische Planung. Was bedeutet es also konkret, unsere Städte und Gemeinden klimasicher zu machen? Klimasicherheit bedeutet, Frühwarnsysteme zu verbessern und zu den Menschen vor allem darauf vorzubereiten, was im Fall einer Warnung zu tun ist. In anderen Ländern werden die Menschen gezielt geschult, was zum Beispiel im Fall eines Erdbebens zu tun ist. Hier geht es also insbesondere um eine verbesserte Kommunikation. Klimasicherheit erfordert auch, dass wir die Schwammfähigkeit und Speicherfähigkeit in Städten und Gemeinden erhöhen. Denn bei Starkregen lässt sich das Wasser oft nicht mehr allein durch Deiche, Mauern und Polder oder Talsperren und Rückhaltebecken in den Oberläufen zurückhalten. Vielmehr muss der Wasserrückhalt des Bodens auch in bebauten Bereichen wieder befördert werden, damit die Kanalisation nicht überlastet wird. Zusätzliche Speicherräume und grüne Infrastrukturen können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Sie können Überschwemmungen zwar nicht gänzlich vermeiden, aber dazu beitragen, die extremen Abflussmengen zu reduzieren bzw. zeitlich zu strecken. Gründächer, Versickerungsmöglichkeiten auf offenen Flächen durch zum Beispiel Mulden, Rigolensysteme oder dezentrale Speicher wie Zisternen oder naturnahe Rückhaltezonen können eine multifunktionale Flächennutzung unterstützen. Urbane Schwammstrukturen können zudem einen wichtigen Beitrag auch bei Hitze bzw. bei Dürre leisten, da das gespeicherte Regenwasser wieder nutzbar gemacht werden kann. Darüber hinaus gilt es auch, die Klimasicherheit von einzelnen Gebäuden und insbesondere von kritischen Infrastrukturen zu fördern. Klimasicheres Bauen und Sanieren liegt bei uns in der persönlichen Verantwortung. Eine Gebäude- und Risikovorsorge ist jedoch enorm wichtig. So kann zum Beispiel durch bauliche Maßnahmen auch bei Starkregen das Wasser am Eindringen in die Häuser gehindert werden. Und zwar zum Beispiel durch Rückstauklappen oder durch druckdichte Fenster. Innen in den Häusern sollten hochwasserresistente Materialien verbaut werden. Stromverteiler, Heizung etc. sollten in höheren Stockwerken installiert oder hochwassersicher gemacht werden. Allerdings ist die Anzahl der Haushalte, die ihr Gebäude sichern, noch immer relativ gering. Es sind vor allem die Haushalte, die mehrfach von Hochwasser oder eben Starkregen betroffen waren, die Maßnahmen umsetzen. Hier besteht also ein direkter Zusammenhang mit der eigenen Erfahrung und dem Lernen aus Katastrophen. Allgemein lässt sich sagen, dass bereits vieles an Erkenntnissen vorliegt und doch kommt es immer wieder zu katastrophalen Auswirkungen. Daher müssen wir unsere Forschung im Bereich der Klimaanpassung, des Risikomanagements von Wetterextremen und des Bevölkerungsschutzes sowie der Planung noch ausweiten. Und es gilt, das Wissen dann effektiv umzusetzen als eine gemeinsame Kraftanstrengung. Eine wichtige Stellschraube stellt dabei die integrierte Stadtentwicklung dar, bei der alle relevanten sektoralen Handlungsfelder in die Planung einbezogen sowie Synergien zwischen einzelnen Bereichen aufgezeigt und genutzt werden. Eine Ausrichtung der Stadtentwicklung am Gemeinwohl, wie es in der neuen Leipzig-Charta für europäische Städte der Zukunft postuliert wird, erfordert die gemeinsame Arbeit aller Stadtakteure zu einer gesellschaftlichen Transformation. Ein Umbau unserer Städte und Gemeinden ist unabdingbar, um extremen Wetterereignissen zukünftig besser begegnen zu können. Die Aufgabe ist es, Menschenleben zu retten und Sachschäden zu reduzieren. Die Aufgabe ist es, Menschenleben zu retten. Die Aufgabe ist, Menschenleben zu retten. Die Aufgabe ist, Menschenleben zu retten. Vielen Dank.